Musik Vom Techniker zum Speed-Spezialist, vom Slalom-Vizeweltmeister zum Weltcup-Abfahrtsieger, das ist der Silvan Zurbrücken. Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gang, trotz einer kleinen Verletzung, wie bist du? Ich muss sagen, wir haben sehr gut trainiert. Das Sommertraining war sehr gut hier. Wir haben hier direkt noch sehr eng angefangen und haben zwischendurch mal eine Pause gemacht. Es war sicher gut vom Kopf her, dass ich direkt wieder den Rhythmus gefunden habe. Anschlussend waren wir vor allem in Südamerika. Wir haben den Trip leicht verkürzt, weil wir in Las Lernias keinen Schnee hatten. Wir haben hier auch optimale Bedingungen vorgefunden. Jetzt geht es weiter. Abwechslung, SOS-V, Zermat werden sensationelle Bedingungen. Nach wie vor auf eisem Gletscherrand profitieren. Die letzten Vorbereitungen, bevor wir das auf Nordamerika gehen. Du sprichst von eurer Zeit in Argentinien. Früher musste er zurück, es war zu warm. Hätte er trotzdem etwas trainieren können? Und was hat er trainiert? In der Schweiz sowieso vor allem Slalom, Riseslalom und ganz wenige Superscheibe trainieren. Es ist ja da Winterzeit, wenn wir hier Sommer haben. Und von daher muss ich sagen, es ist sehr gut zum Trainieren. Es ist auch sehr tief, also es ist auf null Meter. Wir sind dementsprechend auch weniger Miet nach der Live. Und das ist sicher ein riesen Vorteil, wenn man vor allem quantitativ trainiert und nicht unbedingt qualitativ. Gerade für den Anfang ist das eine gute Ergänzung. Hast du einen bewährten, festgehaltenen Trainingsmodus oder hast du Veränderungen gemacht auf neue Saison? Nein, grundsätzlich haben wir in den letzten zwei Jahren einen Beige geholt. Wir haben vor allem Zügenmerke für riesen Slalom gesetzt, von der technischen her. Das ist aber vor allem im Speed-Bereich sehr wichtig. Aber mit einem Slalom haben wir schon ein, zwei sehr gute Tage trainiert. Es ist sicher so, dass für die Superkombi, die fährt ja erst im Januar an. Also von dem her wird noch ein bisschen Zeit. Und die fokussieren sicher jetzt vor allem auf die Speed-Disziplinen. Du sprichst in verschiedenen Disziplinen. Du warst einmal Slalom-Spezialist, nicht über den unlängst. Jetzt auf die Abfahrt, was fokussierst du speziell? Natürlich Kombination und auch die Abfahrt. Ja, es ist so, dass ich momentan die 500 Punkte nicht mehr habe. Durch das ist der Slalom und die fallen komplett weg, weil ich auch nicht mehr in dieser Disziplin bin. Respektive im Rieseslalom bin ich es gar nie gesehen. Und von dem her ist es sehr einfach eigentlich. Ich kann momentan nur im Super-Gener Abfahrt und in der Kombination meine Pink machen. Sonst wird es sicher sehr schwierig, weil ich eine extrem hohe Nummer habe. Ich erhoffe mir natürlich, dass ich wieder zurück und die Wellspitzen finde, nach der Saison, die nicht optimal war. Und was dann nachher ist, wenn ich vielleicht die 500 Punkte habe oder arbeite, dann ist sicher wieder eine Möglichkeit, dass ich auch mal ein oder zwei anderen Rennen wieder im Slalom oder im Rieseslalom fahren kann. Aber momentan ist das wirklich überhaupt kein Thema. Kein Thema wegen den Punkten in erster Linie. Früher war es ein Thema, nicht vor drei Jahren noch. Du bist du der dritte, beste Slalomfahrer der Welt, in einer Gesamtabrechnung im Slalom Weltcup. Innerhalb drei Jahre zum Speed-Spezialist. Warum das? Ja gut, es gibt sicher mehrere Punkte. Ich glaube für die Leute zu Hause ist das vielleicht ein bisschen unerklärlich. Aber um so einen Kurs zu fassen, ist es sicher so, dass ich vom Körperlichen her bin ich sicher eher ein Speedfahrer als ein Slalomfahrer. Dazu muss ich aber sagen, ist das nicht immer so gewesen, weil die Distanzen im Slalom sind extrem kleiner geworden. Gerade in Sankt Moritz war noch 15 Meter das Maximum im Slalom Torabstand. Dann sind wir auf 13 Meter gekommen. Und vor allem nach den letzten zwei Jahren sind wir im Brief fast auf 9, 9,5, 8,5 Meter Tor-Distanz. Und durch das wird natürlich der Körper auch immer wichtiger. Das heisst vor allem die Gleibigkeit, die Schnelligkeit, die Wendigkeit wird immer wichtiger. Und es ist sicher so, dass man mit 95 Kilo nicht unbedingt die gleichen Verlässetzungen hat, wie jemand, der im Moment 70 Kilo hat. Und das zeigt sich auch ein bisschen im Slalom, dass es eine extreme Veränderung gegeben hat. Aber auch durch das hat sich die Technik verändert. Es ist auch nicht mehr so, dass man so fest mit Hüftknick fährt, man liegt mehr ein, die Hände sind mehr im Schnee. Man sieht auch die Wendigkeit von den Slalom-Fahren heutzutage ist extremer geworden. Es sind alle auch viel mehr am Limit. Und ich muss sagen, durch die Abfahrt und den Super-G bin ich halt auch von der physischen Seite her nicht unbedingt schneller geworden, sondern eher träger. Und das hat jetzt einfach den Slalom überhaupt nicht mehr verdreht. Und irgendwann musste ich mich einfach einmal entscheiden. Und das sind nur ein, zwei kleine Pinks jetzt so. Für alles andere wird es, glaube ich, zu lange genauer drauf hinzugehen. Aber das war eine Entscheidung. Und ich bin nach wie vor überzeugt, dass es das richtig war. Gerade speziell hier war, dass das Material gleich bleibt. In anderen Disziplinen ändert es ja. Ich werde sich die Sache mit den Slalom-Spezialisten im Vergleich zu den anderen normal vergrößern. Und das ist wieder ein Grund mehr, warum ich das richtig gemacht habe. Immerhin im Slalom hast du die größten Erfolge geführt. Vize-Weltmeistertitel. Du bist der drittschnellste, drittbeste Slalom-Fahrer vor drei Jahren. Du hast mehrere Podestplätze am Slalom. Keine Weh-Mitte dabei? Sicher ist eine gewisse Weh-Mitte dahinter. Und ich muss euch sagen, heute, wenn ich Slalom fahre, ist nach wie vor eine Herz- und Angelegenheit. Ich glaube auch, dass ich sicher noch schnell sein könnte. Vielleicht nimmt man eine ganze Spitze mitfahren. Das ist klar. Dafür braucht es viel mehr Training. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt so entschieden. Der Slalom wird ihr beigehalten. Unser Effekt der Schnelligkeit, auch für den Ski-Fahrer, ist das sehr, sehr gut. Aber sicher auch vor allem für die Super-Combi. Hier ist die WM-Kommunikation nach wie vor ein grosses Thema. Und von dem her ist es trotzdem wichtig, dass man das weiterhin trainiert und nicht einfach ganz auf die Seite lässt. Aber ich glaube, das arbeite ich nie. Wie gesagt, das Herz ist immer beim Slalom. Ich bin beim Slalom gross geworden. Aber ich habe sicher schon früher gemerkt, dass ich im Speed-Bereich auch meine Talente habe. Letztes Mal hat es leider nicht so geklappt. Aber ich kann euch doch aufzeigen, dass ich auch da sehr schnell sein kann. Es ist trotzdem erstaunlich, für die Laie speziell natürlich. Von einem extrem ins andere, sprich von einer ganz kurzen Kurve Slalom in Richtung Abfahrt zu einer längsten Kurve. Zwischendrin wäre eigentlich ein Riesenslalom. Da bist du aber nie ganz davor dabei gewesen. Warum das? Ja, auch für das habe ich eine kleine Erklärung. Dazumal, als ich in der Schweizer Nationalmannschaft kam, kam ein extrem starkes Riesenslalom-Team mit von Grünigen und Company. Und im Slalom sind wir nicht unbedingt so stark gewesen. Und dazumal hat man mich dann in Slalomgruppen versetzt. Und dann ist irgendwie der Riesenslalom abgegangen. Und das spüre ich heute noch ein bisschen, dass ich da, die Jahre, wo ich da wenig Riesenslalom trainiert habe, oder fast gar nicht Riesenslalom trainiert habe, das merke ich, das spüre ich, das Vertrauen ist nicht ganz da. Und teilweise, wenn es nicht ganz so schwierig ist, habe ich auch sehr schnelle Schwingen drin. Aber wie gesagt, das ist sicher ein bisschen verloren gegangen. Und dem läuft auch ein bisschen hinten noch nach. Aber es hat zwar schon gute Sachen gehabt, ich habe mich auch schon qualifizieren können im Riesenslalom. Aber schlussendlich muss es schon ehrlich sein, wenn man auf allen vier Disziplinen tanzt, ist es einfach extrem schwierig. Und wie gesagt, dazumal bin ich noch mehr in Slalom gefahren. Es ist vielleicht einfacher, Riesenslalom-Super-Ski abfahrt zu fahren. Vielleicht wird das nochmal ein Thema, ich weiss es nicht. Im Moment sicher nicht, weil ich wirklich versuche, über Dispete-Disziplinen wieder ein guter Resultat zu fahren. Aber ich will das nicht ausschliessen. In der vorletten Saison warst du lange Zeit auf dem zweiten Rang im Gesamt-Welcup. Am Schluss warst du Vierter. Kein Thema mit der Gesamt-Welcup? Ja, ich glaube nach der letzten Saison ist das sicher weit, weit weg im Moment. Es ist klar verinnerlich. Bei mir ist nach wie vor das irgendwann ein grosses Ziel. Aber wie gesagt, nach der letzten Saison ist es sicher eine Illusion im Moment. Ich muss zuerst wieder den Tritt finden, dass sie wirklich wieder vorne dabei sein und um den Weltcup ein Sieg, indem sie in einer Disziplin super arbeiten können, voll mitfahren. Vor zwei Jahren ist das ein bisschen um nichts gekommen. Man soll ehrlich sein, wir sind eigentlich voll auf den Slalom fokussiert und auch vom physischen her haben wir gar nicht vorbereitet für den Abfahrt. Darum war es sicher ein leichter Einbruch dann im Januar. Von dem her bin ich jetzt gewaffnet. Ich bin eigentlich vorbereitet von dieser Seite her. Aber wie gesagt, zuerst müssen wir den Tritt wieder finden. Das Gefühl weiss ich, wie es sein muss, dass man zu schnell sein kann. Und das ist sicher das grosse Ziel, das wieder zu finden. Saisonziel in der neuen Saison, in der Ränge ausgedrückt, in den Punkt ausgedrückt. Gut, ich habe sicher jetzt schon viel erzählt. Eine super G-Abfahrt, die Kombination sind sicher die Ziele wieder voll vorne mitzufahren. Sicher auch um sie mitzufahren. Aber wie gesagt, ist vor allem wichtig, dass man den Start nicht verpasst wird. Ich bin relativ weit zurück in den ersten 30. Also ich muss wirklich auch Resultate bringen, dass ich nicht draussen kann aus den 30, weil sonst wird es auch schwierig. Und darum sage ich, die Ziele für innerlich sagen, ist jetzt mal sicher sofort, dass ich den Anschluss wieder finden kann. Und aus dem vertrauen, uns dann natürlich auch nach vorwärts zu schauen. Von der Pinkt her ist klar, die 500 Punkte so schnell wie möglich wieder zu erreichen, das hat einfach auch Vorteile mit den Startplätzen. Und wenn ich das erreiche, kann ich sicher schon sehr zufrieden sein. Silvon Zurbrücken, bald einmal gut zehn Jahre mit der WM-Ski Weltcup tross. Immer noch voller Feier. Ja, ich muss sagen, nach wie vor ist das meine grosse Leidenschaft. Es ist sicher so, dass ich nach der letzten jährigen Saison ein bisschen Mühe hatte. Es war mit Abstand die allerschwierigste Saison in meiner ganzen Karriere. Weil es ist brutal auf eine Art einmal zu erfahren, dass wenn man gesund ist und sehr gut trainiert hat und einfach wirklich nicht auf die Seite kommt. Obwohl man das Gefühl hat, ich kann alles geben, alles richtig gemacht, habe ich eine tolle Vorbereitung gehabt haben und mit grossen, ja, positiven Gefühlen die ganze Saison habe ich gestartet. Und dann ist es eben nicht so gekommen. Ich denke, das ist ein Sportler ganz eine spezielle Situation und ein neues Gefühl, das ich habe, dass ich erleben darf. Ich bin überzeugt, dass man sicher nicht als negativ sehen muss. Es hat sicher auch positive Sachen gegeben, dass man daraus wieder kämpfen, wieder lernen, vorwärts schauen muss. Es hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als in anderen Momenten. Aber ich bin sicher, dass mir das helfen wird. Und sobald ich eigentlich den Ski habe, bin ich immer ein sehr glücklicher Mensch. Und ich sage, solange die Gesundheit uns ein bisschen da ist, versuche ich sicher, voll Gas zu geben und so lange wie möglich noch dabei zu sein. Du hast viele Ups und Downs erlebt, eine fairene, schwierige Saison gehabt. Du hast auch schon Tiefprinkel erlebt. Was waren die schwierigsten Zeiten, abgesehen von fairen, die keine einfache Saison waren? Ja, ich glaube sicher Verletzungen. Klitzband in Gröda war sicher eine echte Sache, ein echter Crash. Du musst einen ganzen Saison weg, du musst den anderen zuschauen, wie die schnellsten Einfahrenden. Ich glaube, das sind sicher auch Momente, die schwierig sind. Grundsätzlich muss ich sagen, habe ich sonst sicher auch Up and Downs gehabt, aber ich hatte das Glück auch immer wieder zurückzufinden, zum Erfolg. Das hat mir gezeigt, dass ich die Kraft habe und die Leidenschaft nach wie vor da ist, dass ich nach Niederschlag oder nach Tiefprinkel wieder zurückzufinden. Da bin ich fest überzogen, dass ich seit dieser Situation nach der letzten Saison wieder zurückzufinden werde. Ich hoffe, dass die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, dass mir die Hilfe dient. Zum ersten Mal so richtig auf dem internationalen Parkett aufgefallen, bist du mit dem Vizes Lanham-Titel, Weltmeistertitel damals. Das war einer von den größten Erfolgen. Was sind die anderen ganz grossen oder der größte Erfolg samthaft verdient? Du hast viele Erkämen, viele Kombinationen, Abfahrts-Weltkampf-Siegen. Was ist der größte Erfolg bis jetzt für dich? Was hast du am meisten freigekommen? Ich glaube, die Olympia-Brussen-Medaille, die geht mir noch jetzt hängen heute, wenn ich daran denke, es war für mich das schwierigste Rennen in meiner ganzen Karriere. Mich hat eine unglaubliche gute Abfahrt gezeigt. Ich war voll auf Medaille-Kurs. Vor allem bin ich damals auch noch extrem schnell auf den Slalom gefahren. Der Druck, der zwischen den zwei Momenten zwischen den Abfahrten und dem Slalom entstanden ist, war unglaublich. Heute gerade speziell da, weil sie das mit Medien extrem beobachtet haben und auf Schritt und Tritt nachgelaufen sind. und zum Teil bin ich fast verrückt gekommen, weil ich das so gar nicht erkannt habe. Man muss es auch wissen, in dieser Situation man weiss, es gibt es erst wieder vier Jahre. Vielleicht bekomme ich nie mehr die Chance. Es ist irgendwie fast auf dem Tablet hingesehen. Das hat mich fast erschreckt. Ich habe mich versteckt, aber irgendwie habe ich keine Chance, mich wieder zu besinnen und auf den Slalom. und das hat sich auch widerspiegelt, dass ich im ersten Teil, im ersten Drittel sehr langsam war. Irgendwie kam dann das Ganze weg. Ich konnte dann nach einem Unterteil noch mit der Bestzeit Gott sei Dank die Medaille retten. Aber da sieht man auch, dass gewisse Situationen im Sport gar nicht lernen oder auch vor uns sehen, sondern der Moment ist plötzlich da. Man wird dann praktisch auch ins kalt Wasser gehen. Aber das ist sicher etwas von der bleibendsten Moment in meiner ganzen Karriere. die ich nie mehr vergesse. Du sprichst es auch im Fokus von den Medien. Das bist du immer wieder als populärer, prominenter Sportler. Wie gehst du damit um? Eine lästige Pflicht? Hast du frei daran? Oder wie gehst du damit um? Also ich muss sagen, mit der Zeit ist es sicher so, dass man es sehr relativiert. Also im Sicht von Sponsoren ist es sehr wichtig. Man lebt davon. Es ist auch wichtig für unseren Skisport, dass die Medien darüber berichten. Man sieht es zum Teil mit Transportarten, die sich mit dem sehr schwer dient. Also für die Popularität und alles zusammen ist es enorm wichtig, dass die Medien hier unterstützen. Es ist auch klar, dass wir sie nicht nur immer positiv schreiben können, aber das gehört dazu. Das gehört zum Profi dazu. Und jeder hat seine Ecken gekannt. Ich glaube, das ist auch interessant für die Medien. Ich bin froh, dass ich gewisse Erfahrungen gemacht habe. Ich habe sicher gewisse Sachen anders erwartet. Aber schlussendlich gehört das dazu zum Job, zum Beruf. Und privat ist wieder ganz etwas anderes. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das unterscheiden kann. Wenn du mit den Medien zu tun hast, hast du richtig gefreut, dass du in der Medien bist. Das gab es ja sicher einmal vom Obergang von Junior bis zum Weltcup-Fahrer oder Weltcup-Staren. Wann ist der Moment gekommen, wo du dich richtig noch gefreut hast? Ja, ich glaube, es ist schon Sankt-Maritz richtig aufgeplatzt. Vorher war ich sicher nicht so bekannt. Und da kam irgendwie so ein grosser Stein einmal. Und dann habe ich mich so richtig in die ganz öffentlich. Ich bin da so richtig explodiert, richtig da drin. Und ich war sicher auch sehr jung, sehr schnell gegangen durch das. Im Nachhinein musste es auch sagen, es war trotzdem sehr positiv. Ja, wir haben uns nicht gereicht, ein Jahr, zwei später. Dann sage ich, nur später, später. Es ist immer ein Fragezeichen, wenn es überhaupt passiert wäre oder nicht. Ich glaube, der Moment war sicher einer von den Genialsten. Vor allem als junger Sportler, wenn man da so unserem Nichts und vor allem noch hier in der Schweiz kann so ein Expo machen. Ich glaube, das war der Moment, wo ich mich am meisten erinnern kann. Wann war der Obergang, den die Medien nicht immer so abgenommen war? Welcher Moment war der vielleicht am meisten aufgestossen? In der Karriere, in Sachen Medienarbeit, in Sachen Fokus? Ich glaube, das erste Mal war ein Torino, wo ich auch die anderen Seite kennengelernt habe. die gewisse Schlagzeichen gemacht haben, ob ich überhaupt noch Ski habe oder so. Ich glaube, das sind so Momente, in denen man gar schnell vergessen tut. Ob es dann richtig ausgelegt wurde oder nicht, sage ich jetzt mal dahingestellt. Oder ob man auch gefragt wurde oder nicht. Aber ich sage, das ist einfach auch eine gewisse Macht der Medien. Muss man sagen, es ist alles sehr schnelllebig und es geht hier ein und da um uns. und die Wichtigkeit muss eigentlich sehr kleine Personen verwalten, wenn überhaupt. Durch das gibt es viele wichtigere Sachen. Und ich glaube, das muss man sich ein bisschen abwägen. Die Leute müssen sagen mittlerweile, dass man gewisse Sachen nur noch überspringen kann. Gewisse Sachen, die man das Gefühl hat, die Leser werden auch immer cleverer in diesem Sinne, dass sie auch merken, was kann man daraus nehmen, was kann man daraus nehmen, was ist wahr und was nicht. Und es ist immer auch eine persönliche Sache immer. Und das ist nach wie vor auch gut so, dass das jeder persönlich entscheiden kann. Und wie gesagt, privat ist ganz etwas anderes. Kraft holt man sicher in seinem Umfeld und so. Und man verschwindet euch schnell wieder. Mir hat auch mal ein ganz bekannter Sportler gesagt, der Tag, wo du nichts mehr von dir schreibst, ist dir besser, wenn du aufhörst. Also das ist schon so. Wenn du nicht mehr wichtig bist für die Medien oder für die Öffentlichkeit, dann ist auch etwas nicht gut. Ist das auch mit unter Grund, dass du im Moment als Hausbauer im Einsatz bist? Vielleicht schon ein bisschen mit dem Gedanken nach der Karriere? Ja gut, nein, das hat sich eigentlich eine Sorge an. Und wir haben jetzt einen Wohnwechsel gemacht. und wie gesagt, muss man sich auch ein bisschen weiter schauen. Und die Mutter hat ja auch ein Privatleben. Und das ist auch wichtig, dass man vorwärts schauen tut. Aber es hat jetzt nicht unbedingt etwas spezielles Aussagenkräftes zum sagen dazu. Wie gesagt, momentan ist wirklich der Fokus voll auf Skifahren. Und ich will dir noch ein paar gute Jahre erleben. Wenn ich die Gesundheit habe, alles zusammen und der Erfolg auch ein bisschen wieder da ist, will dir das noch voll alles kosten. Als routinierter Sportler, Sportstar, darf man sagen, macht man sich trotzdem schon Gedanken in deinem Alter jetzt, was der Mann ist in 2, 3, 4, 5 oder 3, 10 Jahre? Ja, richtig. Sicher. Das ist ja bei normalem Leben, dass man sich mit einem gewissen Eltern Gedanken macht, was ist der nachher? Ich habe sicher gewisse Optionen, die sich mit der Zeit und dem Sport zusammen herauskristallisiert. Mit Raiffeisen habe ich eine sehr lange Partnerschaft. Ich fühle mich extrem wohl mit der Bank und kann mich sehr gut identifizieren. Ich könnte mir sehr wohl irgendwann mal da etwas vorstellen. Aber auch im Sport, oder ich habe Wirtschaftsmatura gemacht. Vielleicht hilft mir auch das im Leben nachher noch weiter. Wie gesagt, es ist noch sehr weit weg, hoffentlich. Und wenn es dann soweit ist, habe ich dann noch genügend Zeit, mich wirklich dem zu widmen. Weniger Zeit hast du mal für die Vorbereitungen. Es geht schon bald mal los mit dem Skiwälte. Was ist dein Auftakt? Was startest du zum ersten Mal? Also in Nordamerika eine super G-Abfahrt. Es wird sicher zum ersten Mal Action sein. Ende November wird es losgehen in Nordamerika. Wie gesagt, die ersten Rennen werden entscheidend sein. Es wird sicher anders sein, als hier. Auf dem Schnee her ist der Kunstschnee in Nordamerika ganz anders, als hier. Von dem her ist es wichtig, dass man sofort den Tritt findet, dass man die Abstimmung findet, bevor man wieder zurück auf Europa kommt. Und hier in Nordamerika würde ich natürlich dem Silvan Zurbiken das Beste wünschen. Die Däumen drücken. Danke, es war mit uns dabei. Danke, hat er zugeschaut. Und natürlich viel Glück und Gesundheit wieder in Zukunft der Silvan Zurbiken.